Wenn ich mal wieder lange im Stream sitze, keine Zeit hatte zu kochen, wäre es bei mir der Partner. VyFood. VyFood, ausgewogene Trinkmahlzeit. 26 Vitamine, Ballaststoffe, glutenfrei, laktosefrei, das Ganze. In vielen coolen veganen Varianten noch zu haben, gerade eine neue Sorte Creamy Cookie, liebe ich. Checkt ihr mal das Sortiment auf bei VyFood und mit dem Gutscheincode BULLET-YOUTUBE. Könnt auch ihr 10% auf das gesamte Sortiment sparen. Ich wollte mit euch reingehen. Fabio Schäfer. Das Ende nach 10 Jahren. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, was er sagt. Check. Let's go. Nach 10 Jahren habe ich keinen einzigen Bikesponsor mehr. Warum das so ist, welche Auswirkungen das hat, weil das mein täglich Brot quasi war, erzähle ich euch gleich. Wir gehen jetzt erstmal biken. In den letzten 6 Monaten bin ich einmal Fahrrad gefahren. Aufgrund des ganzen MMA-Trainings in Frankfurt. Der spricht das ein, während er fährt. Und jetzt schaue ich mal, wie sehr ich eingerostelt bin. Wir fahren jetzt hier den ersten Trail für heute. Schön steil. Die Kamera sieht zwar scheinlich wie der Bilo aus, aber das... Ich finde, das sieht aus der Kamera überhaupt nicht Bilo aus. Ich wüsste, dass ich schon zweimal links oder rechts runter wäre. Ihr seid hier gewohnt. Ich muss mit dem Fabio auf jeden Fall Fahrrad fahren. Auch keine Ahnung, ob sich hier irgendwas auf dem Trail verändert hat. Ewig nicht hier gewesen. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wäre so oft schon da abgeschmiert. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Ich habe mich jetzt hier auf dem Trail niedergelassen, den ich schon vor 23 Jahren gefahren bin. Und ich erzähle euch jetzt mal, warum ich mich dazu entschieden habe, nach 10 Jahren keine Bikesponsor mehr haben zu wollen. Ich fahre mittlerweile seit 1997 Mountainbike. Ich habe damals mit Marathonrennen ange... Ist das Fabio? Geil, hat er einen Rahmen gewonnen. Alles mit den coolen bunten Fox-Klamotten von früher. Mega. Oder? Ich bin dann Anfang der 2000er auf die ganze extremere Schiene Freeride Downhill umgestiegen. Und für mich war immer Biken Mittelpunkt des Lebens. Ich hatte neben der Schule mir damals einen Mountainbike-Onlineshop aufgebaut. Dann habe ich beim Mountainbike-Magazin gearbeitet. Später hatte ich mein eigenes Mountainbike-Magazin. Ich habe mir damals ein Haus gekauft mit einem großen Grundstück, wo ich... Jetzt habe ich die Halle... Ich war vor ein paar... Ist das schon Monate her? Ein paar Wochen. Ich sage mal ein paar Wochen bei Fabio gewesen. Und war da in seiner... Ich nenne es mal Zelt, wo das alles... Das sieht leider mittlerweile ein bisschen anders aus. Ich habe eine Halle gebaut, damit ich auch im Winter und bei Regen Tricks üben kann. Und seit 2013 hatte ich meine ersten Sponsoren. Mit dem Bike habe ich die ganze Welt bereist. Ich habe alle Orte gesehen, die ich sehen wollte, die ich aus irgendwelchen Videos kannte. Ich habe meine ganzen Jugendhelden getroffen, die ich aus Filmen wie New World's Order, Cranked und so weiter kannte. Bin mit denen gemeinsam Fahrrad gefahren und so weiter und so fort. Kurz, ich war in der Bikeszene so tief, wie es nur irgendwie ging. Und ganz nebenbei findet ihr auf diesem YouTube-Kanal hunderte von Mountainbike-Videos von mir, die ich in den letzten Jahren auf der ganzen Welt irgendwo abgedreht habe. Aber ich habe gemerkt, auch wenn ich durch meine Bikesponsoren Fulltime-Mountainbike fahren kann, damit meinen Lebensunterhalt und das meiner Familie verdiene, will ich das nicht mehr. Und das hat den Grund, dass es mir immer ganz wichtig ist, dass sich mein Leben nach Flow anfühlt. Das heißt, es muss sich alles nach Rhythmus anfühlen, ähnlich wie beim Biken. Und alles, was mir irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl gibt, einen Widerhaken verursacht, das cutte ich ab. Weil mir meine persönliche Freiheit das Wichtigste ist, was es für mich zu bewahren gilt. Und da ist Geld und so weiter mir völlig egal. Ist natürlich schön, weil man damit sich viel ermöglichen kann. Aber das war für mich nie die Motivation. Und das ist auch in diesem Fall nicht, auch wenn diese ganzen Bikesponsoren, wo ich feste Verträge hatte, natürlich für viel Sicherheit finanziell das ganze Jahr über gesorgt hat. Und ein schlechtes Bauchgefühl habe ich ab dem Zeitpunkt bekommen, wo ich gemerkt habe, hey, ich habe einfach mal Bock, andere Sachen außer immer nur Biken, Biken, Biken zu machen. Ist sicherlich auch schon vor Seven vs. Wild so gewesen. Aber durch Seven vs. Wild habe ich so viele neue, liebe Menschen kennengelernt. Habe tolle Abenteuer erlebt. Oder die Sache mit dem Kampfsport, den ich zwar schon immer irgendwie im Auge gefasst hatte, aber auch jetzt sehr intensiv in den letzten zwei Jahren verfolgt habe. Und ich habe gemerkt, auf einmal muss ich mich irgendwo rechtfertigen. Sei es bei Sponsoren oder Zuschauern. Da muss man auch so sagen, da habe ich mich tatsächlich ganz oft mit drin unterhalten mit Fabio. Schon beim ersten Treffen, was wir hatten, Anfang letzten Jahres, dass er einfach gesagt hat, pass auf, Biken. Ich liebe Biken, ich fahre, aber ich bin so oft die Sachen schon abgefahren. Und er ist ja auch echt dankbar gerade dem Fritz dafür, durch Seven vs. Wild jetzt die Chance bekommen zu haben, durch auch die Reichweite, die er vorher natürlich auch schon hatte. alles möglich zu machen, wo man Bock hat. Ich kann es verstehen. Wenn man sagt, man ist 20 Jahre Fahrrad gefahren extrem, dass man vielleicht sagt, jetzt macht man was anderes auch Bock. Wie auch immer. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Weil ich habe immer das getan, auf was ich Bock habe. Und das ist auch nach wie vor noch Biken. Das ist für mich immer noch eine Sache, wo Herzblut und so weiter drin steckt. Aber wenn ich Bock habe, ein MMA-Training zu machen, dann mache ich das. Wenn ich Bock habe, mit dem Kajak irgendwo durch die Wildnis zu fahren, dann mache ich das. Wenn ich Bock habe, nach Finnland zu fliegen, um dabei Finish Brutality mitzumachen, dann ... Ja, da habe ich ja hingebracht zu Finish Brutality. Eigentlich war der Platz ja für mich. Und dann kam Seven Brutality und da dachte ich so, wem kannst du das denn jetzt unter die Nase reiben? Und hat Fabio ... Schaut das Video bei ihm mal auf dem Kanal an. Von ihm. Ja. Beim Fabio. Der musste dann nach Finnland auf jeden Fall. Und hat Finish Brutality abgerockt. Dann mache ich das. In den letzten zwei Jahren habe ich so für mich gemerkt, dass ich lieber mit einzelnen Partnern bei entweder einzelnen Projekten oder Videos zusammenarbeite. Die sind in einem Video drin. Auf die habe ich Bock. Und danach seht man sich vielleicht nochmal beim anderen Projekt oder auch nicht. Aber ich bin nicht verheiratet mit Firmen, indem ich irgendwelche Drei-Jahres-Verträge habe, wo dann drinsteht, dass ich zu Events muss und dieses und jenes machen muss und so weiter und so fort. So bin ich deutlich freier. Und so werde ich das in der Zukunft handhaben. Ich mache meine Trips, meine Abenteuer, nehme euch mit dahin. Und dann wird in dem einen oder anderen Video ein Partner sein. In dem Video ist auch ein Partner. Kennt ihr schon seit ungefähr drei Jahren auf diesem Kanal. Der ist immer mal wieder bei Videos mit dabei. Habe ich heute Morgen abgedreht. Danach geht es noch weiter auf den Trail. Und noch zu Daniel von Eskimo Callboy. Die haben nämlich heute Abend noch ein Konzert in Köln. Da bin ich mit Liz. Ihr seid mit dabei. Und falls jetzt der eine oder andere fragt, so hey Fabio, du fährst ja immer noch genau die gleichen Sachen, wie als du gesponsert wurdest. Ja, das stimmt. Da mache ich mir auch noch gar keinen Stress, weil ich bin die Sachen ja gerne gefahren. Und nicht nur, weil ich dafür Geld bekommen habe. Und mir ist aber natürlich auch klar, dass das Bullshit ist, das alles so weiterzufahren. Ich weiß nicht, was passiert bei euch im Kopf, wenn ihr es anschaut. Ich denke, alle drei Sekunden, da wäre ich runter, da wäre ich gegen den Baum, da wäre ich runter. Schließlich habe ich die Sachen ja nicht bekommen. Zack, gegen den Baum. Ich habe nicht mehr bezahlt, weil ich so toll mit denen befreundet bin, sondern weil die Geld mit mir verdient haben. Und ich natürlich mit ihnen. Aber wie bei all meinen Kooperationen, habe ich immer noch das gemacht, wo ich selbst persönlich Bock drauf habe. Und ich schaue mal, ob ich mir irgendwie andere Bikes kaufe, die umlabeln oder was weiß ich. Keine Ahnung. Mache ich mir noch nicht so einen Stress. Ich habe einfach Bock, Fahrrad zu fahren, auch ohne Sponsoren. Das hat auf jeden Fall Spaß heute gemacht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so Freude einfach am Filmen mit Bike und so weiter hatte. Ich habe zwar heute auf jeden Fall nicht meine Bestzeiten geknackt, definitiv nicht nach einer langen Pause. Aber ich habe gemerkt, dieser Zwang, ich muss jetzt ein Bike-Video machen, ist weg. Und das ist schon mal eine sehr gute Grundlage. Ihr seht hier schon im Hintergrund diesen Transporter. Der ist neu und mit dem werde ich dieses Jahr den einen oder anderen Trip machen. Mit Bike, ohne Bike. Auf jeden Fall kommt hier eine Matratze und so weiter rein und dann schauen, wo es hingeht. Da ganz lieben Dank an TRI AG, die mir hier dieses Fahrzeug für die Saison zur Verfügung stellen. Ich freue mich da sehr auf die Zusammenarbeit. Falls ihr auch Transporter oder was auch immer für Autos braucht, schaut mal in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zur Saison. Ich hatte ja auch wieder so einen Transporter. Und da habe ich dann auch Fahrrad weniger. Motocross-Maschine eingeladen. Camping für draußen. Events. Ja, Transporter ist gut. Der freundlichen TRI AG. An dieser Stelle nochmal einen ganz, ganz lieben Dank an alle Bikesponsoren der letzten zehn Jahre. Ihr habt mir ermöglicht, dass ich meinen Traum leben konnte, Fulltime-Mountainbike zu fahren. Und ja, da einfach nochmal ganz lieben Dank für die gute Zeit. Und jetzt muss ich mal Liz einsammeln. Das finde ich auch gut. Das ist einfach Fabio, der einfach sagt, auch dann nicht irgendwie böses Blut dran verliert, sondern einfach sagt, erklärt das, sagt ich, weiß nicht, wie ihr das seht. Ey, ich habe geliebt, Fahrrad zu fahren. Ich habe geliebt, die 20 Jahre da Vollgas zu geben. Jetzt was anderes, aber trotzdem sagt, ey, vielen Dank für die Unterstützung an Sponsoren, die einfach auch ein Leben ermöglicht haben mit so vielen Freiheiten und Möglichkeiten. Finde ich gut von ihm. Wir fahren jetzt zu Daniel von Eskimo Callboy und den werden wir nerven und küssen. Grund einer unfassbaren Verspätung dieser Frau geht es jetzt endlich los. Es ist fast zu spät. Ich kam nicht zu spät, ich musste noch kurz die Welt retten und ja, ich fahre jetzt nach Köln. So, Fabian, danke, wo wir genau hinfahren. Electric Callboy spielen dieses Jahr in der Laxis Arena in Köln. Da waren wir jetzt auch schon öfter, ja, Herr Schäfer? Ich freue mich sehr. Ihr seht gleich mehr. Das war das Fußballspiel. Was passiert heute? Hä? Was passiert heute? Äh, Konzert einer Electric Callboy Band. Muss man immer so nahe kommen? Ja. Ich frage mich über die Idee. Hab Nasenhaare. Da. Ja, jetzt hast du das. Jetzt hast du das. Es geht jetzt los und wir haben Daniel versprochen, in der ersten Reihe ihn anzuschmachten. Und das werden wir jetzt tun. Hallo, Freunde, alle unsere Familien und ihr. Und deswegen freuen wir uns heute den Abend mit euch verbringen zu können. So, das ist das Ende dieses Videos. Es war ein sehr schöner Abend, den uns Daniel ermöglicht hat. Es war schön, einfach mal zuzuschauen. Einer von euch war dabei hier. Der Bausch. Ich stand dritte Reihe Mitte. Ja, mega. Und, äh, ja, schaut auf jeden Fall bei Daniel, bei Samurai Pizza Cats vorbei. Bei der 2-Pack, weil da ist heute ein neues Video rausgekommen. Wie heißt das? Pizza Homicide. Aber es ist auch wichtig, ob man einen anderen auch so Pizza mag oder nicht. Ja. Da muss man nur reden. Ich bin Ja. Du auch? Ja, klar. Ich dachte, du wärst auch da. Nein. Nein, Stefan, wir sind was, wir wollen. Hier, die anderen Idioten. Aber dann, nein. Ach, krass. Ja, das haben wir jetzt gekriegt. Das ist auch mega. Gut, also. Haut rein, bis dann. Tschüss. Jawohl. So, das war das Video hier. Das Ende nach 10 Jahren, Fabio. Ich kann dich voll und ganz verstehen, Fabio. Du weißt, wie sehr ich dich mag. Wir verstehen uns richtig gut. Und ich mag dich vor allem für deine Art und Weise. Offen, ehrlich und immer mit dem Herz am rechten Fleck, wo du sagst, nee, ich spüre jetzt was anderes und mache andere Sachen. Dafür mag ich ihn extrem. Den lieben Fabio. Ich kann dich Gott beruku. Daher bin ich zu etwas. Ich kann dich noch auf das Computer, mich jen- creation. Ich muss mir、 ich marge dich auch raus. Ich kann dich mit ihnen zum einen